Im Team Wirken, eins die erste. Hallo und herzlich willkommen. Mein Name ist Boris Zernikow. Ich bin von Haus aus Kinder- und Jugendarzt. Ich arbeite an der festesten Kinder- und Jugendklinik Datteln, Universität Wittenherdecke und leite dort das Deutsche Kinderschmerzzentrum und das Kinderpalliativzentrum. Unser großes Team besteht aus vielen kleinen Subteams. Wie wir im Team Wirken möchten wir Ihnen heute gerne zeigen. Kommen Sie doch einfach mal mit. Unser Ärzte- und Pflegeteam ist verantwortlich für die Versorgung der kranken Kinder und ihrer Familien zu Hause. Unser Team zeichnet aus, dass wir alle mal am Steuer sitzen und doch für die Familien gemeinsam in eine Richtung fahren. Mein Team gibt mir Kraft, weil ich auch mal schwach sein darf. Weil wir zusammen lachen und auch mal zusammen weinen können. Weil ich auch in schwierigen Situationen nicht alleine dastehe. Auf unserer Schmerzstation arbeiten Ärzte, Therapeuten, Kinderkrankenschwestern, Erzieher und Sozialarbeiter zusammen, um dem Schmerz die rote Karte zu zeigen. Uns macht aus, dass wir uns gegenseitig unterstützen, auf Augenhöhe zusammenarbeiten und alles für die Kids geben. Mein Team gibt mir Kraft, weil wir hier locker und entspannt zusammenarbeiten können. Weil ich hier nicht perfekt sein muss. Weil wir auf der Station mit einer Prise Humor arbeiten. Weil ich morgen schon von meinen Kollegen angestrahlt werde. Wir erklären den Familien, wie chronische Schmerzen entstehen und versuchen sie dann für die von uns vorgesehene Therapie zu motivieren. In unserem Team kann sich jeder einbringen und wir sind immer aufrichtig und ehrlich zueinander. Mein Team gibt mir Kraft, weil wir freundschaftlich miteinander umgehen. Weil wir uns umeinander kümmern. Weil es bei uns immer genügend Gummibärchen gibt. Wir versuchen Rätsel zu lösen, wie zum Beispiel, warum entwickeln Kinder chronische Schmerzen und was ist überhaupt gute Palliativversorgung? Jeder im Team schaut auf die Rätsel mit einer ganz anderen Brille und jeder bringt unterschiedliche Lösungskompetenzen ein. Gerade das gemeinsame Lösen der Rätsel macht großen Spaß. Mein Team gibt mir Kraft, weil ich jederzeit auf die Unterstützung der anderen zählen kann. Weil andere mir viel zuschauen und mir Mut machen. Weil unser Lachen ansteckend ist. Auf der Station arbeiten nicht nur Schwestern und Ärzte, sondern ganz viele verschiedene Berufsgruppen. Weil für allen Symptomen es sehr viele unterschiedliche Ursachen gibt. Was ich an dem Team schätze, egal vor welcher Herausforderung es steht, im Team würde immer eine kreative Lösung gefunden werden. Mein Team gibt mir Kraft, weil ich immer jemanden finde, mit dem ich diskutieren kann. Weil wir gemeinsam nach vorne schauen. Weil immer jemand merkt, wenn ich einen Kaffee brauche. Wir organisieren hier die Weiterbildung und lernen hier gemeinsam mit verschiedenen Professionen. Wir unterrichten auch, kümmern uns um unsere Kursteilnehmer und natürlich um unsere Referenten. Wir sind ein kleines, engagiertes Team und wir sind immer füreinander da. Mein Team gibt mir Kraft, weil wir gut füreinander sorgen. Weil ich mich auf meine Kollegin verlassen kann. Weil wir uns wirklich vertrauen. Mein Team hat die Aufgabe, die besonderen Belange der Familien hier im Kinderpalliativzentrum in die Öffentlichkeit zu tragen und um spenden zu werden. Wir sind gut strukturiert, aber trotzdem spontan und im größten Trubel werden wir immer besser. Haben wir denn auch ein Dressing für den Salar? Ja. Mein Team gibt mir Kraft, weil jeder ein Ohr für den anderen hat, auch wenn die Zeit mal knapp ist. Mein Team gibt mir Kraft, weil alle ihre Stärken einbringen können. Mein Team gibt mir Kraft, weil wir ein bisschen wie eine Familie sind. Mein Team ist spannend. Dynamisch. Flexibel. Sokursüchtig. Voll witzig. Überfeminine. Bunt. Unkompliziert. Verständnisvoll. Voller Ideen. Mein Team ist mit dem Herzen dabei. Danke. Hochschuldig. Danke. Hochschuldig. Tschüss. Tschüss.